Um Bryans Auto für das Rennen vorzubereiten, mussten wir wichtige Modifikationen vornehmen. Jede Verbesserung wird Bryans Rundenzeit etwas verkürzen. Wir haben den Überrollkäfig eingebaut, um das Fahrwerk zu versteifen, das Wanken des Fahrzeugs zu verringern und um Brian zu schützen. Durch die Erneuerung der Luftansaugung haben wir etwa 8 bis 10 zusätzliche PS rausgeholt. Wir haben die Aufhängung verstärkt, was sich positiv auf das Fahrverhalten auswirkt. Schließlich haben wir Brian mit einem brandneuen Satz Haftreifen überrascht. Die werden das Auto in den Kurven halten. Selbst mit diesen Modifikationen hat Brian noch viel Arbeit vor sich, denn ich glaube, Derrick's Camaro ist pro Runde etwa 3 bis 5 Sekunden schneller. Um die Zeit aufzuholen, muss Brian einen schnelleren Start hinlegen und dann in den Kurven die Lücken schließen. Seid ihr bereit? Ja, fahren wir los! Los geht's!